Ich bin Manager von Straße und ich muss das machen, weil hier gibt es ganz viele Probleme. Viele haben so Straßenzeugnis. Viele haben Straßenzeugnis sieht so aus. Viele haben Hartz 4 und iPhone 5. Ja, aber mit dieses Straßenzeugnis im offiziellen Beruf kommst du nicht weit. Da gehe ich hin und danach helfe ich. Dann sage ich, guck mal, Straßenzeugnis ist gut, Straßenabitur, aber du musst auch schaffen normale Abitur. Der beste Soundtrack vom Leben ist, ganz schnelle Antwort, Rocky. Es ist wie bei 3er BMW, 150 PS Motor, wenn du richtig auf Gas gibst und so ist es auch Rocky. Guck mal, allerwichtigste im Kreuzberg ist, du darfst nicht scheiße aussehen, weil wenn du scheiße aussehst, du hast keine Chance. Du kriegst keine Arbeit hier im Kreuzberg, keine Mädchen, kein Dranis. Darum würde ich sagen, Free Solarium, 10er Karte für jeden. Schnee sollte Farbe haben, schwarz, weil wenn du schwarz bist, du bist wie Ninja, unsichtbar. Interessante Frage, wer anfängt mit Seele zu verkaufen, der verkauft am Ende sich selbst, ist ganz total am Arsch. Deswegen nicht, weil unverkäuflich. Wenn man Freundschaft kündigen will, es gibt einen Zeitpunkt. Es ist wie mit Handyvertrag. Irgendwann, wenn du deine Rechnung nicht bezahlst, du kriegst eine Mahnung. Und dann, wenn du dann nicht zahlst, dann kündigen die Handys Freundschaft. Also es ist wie sagt man auf Deutsch, geben, nehmen, nehmen, geben. Im Prinzip. Wenn das nicht mehr stimmt, Yallah, tschüss, nächste Freund. Okay, guck mal, das war ein super Interview für Internetmagazin Enter Berlin. Und wenn du mehr wissen willst, dann musst du einfach hier oben Klick machen. Und wenn du noch mehr wissen willst, dann musst du hier unten, wenn du lesen kannst, Beschreibung, Beschreibung lesen. Und wenn du Interesse hast für Tiger, meine Seite, und wir haben ganz viele geile Geschichten und wir machen ein Tiger der Serie, dann musst du einfach hier klicken machen. Okay, tschüss, ja, ich muss weiter. Ali, ich habe zwei Fahrräder für dich, zehn Euro. Kannst du abholen, habe ich schon hingestellt, Ecke. Lauditzer Straße, Ecke Wiener Straße. Zehn Euro, legst du einfach hin. Tschüss.